In meinem Haus, meinem wunderschönen Haus, da sieht es ganz toll aus, Alarm mit Rotlichtbeleuchtung. Tüdelü. Okay. Wir wollen nach Hause, beziehungsweise, ja, doch, irgendwie schon. Gucken wir mal, was es hier für Gefährten gibt. Oh, oh scheiße, jetzt hat er mit... Der Pädobär! Oh Gott, der Pädobär ist hinter mir her. Ah, verdammt. Ah, gleich hat er mich am Hintern. Oh, toll. Geh weg. Rotlichtbeleuchtung, können die spawnern? Das ist ein Puffbogenschutz. Hallo? Hallo? Okay, okay. Ja. Ja, ich habe wieder ein paar kleine Veränderungen hier vorgenommen. Die Truhe ändere ich auch nochmal, die gefällt mir irgendwie nicht. Ich glaube, dass die... Der Kollege auch hat. Zack, zack, zack. Alles rein. So, 20 sollten reichen. Äh, ich weiß gar nicht, warum habe ich die überhaupt mitgenommen. Ist doch gut. Äh, äh, zwei Knuspie. Packen wir uns ein? Ach, ich gehe da jetzt durch. Wartet mal. Ich gehe da jetzt durch. Huah. Huah, huah, huah. Es ruckelt. Huah. Huah, nein. Awesome. It's awesome. Lach mir nicht an. Egal, wie awesome das ist. Ja, noch so einer. So ein Grine, Mann. Ah. Haha. Na, was sagt ihr dazu? Ist das awesome? Pädobae und awesome. Creeper. Jetzt wollte ich nur noch was Lustiges für die Spinne. Ich stehe hier schon wieder fast am Abgrund. Hallo. Oh, jetzt... Die haben die auch noch gesehen. Scheiße, ich denke das nur, wenn sie dicht sind. Äh, Aimbot. Äh. Äh. Ja. Ist klar. Fall runter. Warum auch nicht. Dann kann ich ja gleich weitermachen. Haha. Ich bahne mir den Weg vor. Haia. 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 Nein, Zelda. Oder Link. Ha. Ha. Bis jetzt habe ich noch gar nichts wirklich erzählt, was ich so erzählen möchte. Also. Wo ich ebenso wieder schön von meinem Textureback mal wieder geredet habe. Äh. Und wo ich hier schon wieder einige Veränderungen aufgezeigt habe. Ah. Hätte ich mal mein Schwert mitgenommen. Oh nein. Entschuldigung. Mein Streitkolben. Ha. Scheiße. Ja, okay. Ja. Na ja. Dann sei es so. Dann schlafe ich jetzt erstmal. Achso. Ich habe auch, wenn man hier sieht, beim letzten Mal war hier ein weißer Rahmen drum. Habe ich wieder die Bilder etwas verändert. Und ein paar neue hinzugefügt. Hey. Kann ich ja gleich mal zeigen. Hier in Volltal. Also. Ein paar. Etwas. Etwas stein. Ach nee. Direkt. Den brauchen wir eh nie. 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 Weiß. Ist das hier irgendwas, was ich neu habe? Oh. Ah, hier. Diamanten. Ui. Die glitzern so schön. Naja, neu. Ist aus dem, keine Ahnung, Misa-Pack oder so. I don't know. Okay. Das, was gerade passiert ist, das... Toll. Falscher Weg. Da fragt man sich immer. Hm. Wäre das auch passiert, wenn ich ein Schwert... äh, Schwert mitgenommen hätte. Beziehungsweise. War es gut so, weil ich das Schwert nicht mitgenommen habe und gestorben bin. Das sind so Sachen... Man weiß es einfach nicht. Es ist uns ein Rätsel. Und was haben die Illuminati damit zu tun? Ein Fall für Kalimus. Und so weiter. Switch. So. Fangen wir auch nochmal mit irgendwas an. Irgendwas zu machen. Hier oder labere ich nur blöd rum? Ach hier, Baum. Bäume. Bäume sind ganz wichtig. Muss ich mal wieder etwas erweitern. Zack. Gut. Guck mir nicht so an. Kartoffelkopf. Ahem. Es geht um das Texture-Pack hier. Oh, schon wieder falsch. Alter. Spreng ich mit Absicht in den Tod am besten. Oh. Wo muss... Da muss ich lang. Sag das doch. Hey. Hey. Hoppata. Also es ist ja ein von mir zusammengestelltes Texture-Pack. Beziehungsweise ich habe einfach nur die normalen Minecraft-Texturen als Texture-Pack gepackt. Und dann andere Sachen immer ausgetauscht. Sondern hier das normal. Das ist Stein, den ich einfach ausgewechselt habe. Ja. Okay. Also das gleiche Prinzip immer. Ähm. Einfach ausgetauscht. Weil seit der neuesten Version... Ne, okay. 1.5 glaube ich war das. Jetzt, ähm... Also, ich habe jetzt 1.5.1. Das heißt, die Bilder funktionieren. Das lag in der Version. Dass das Bild letztes Mal... Oder vorletztes Mal so abgesprungen ist. Einfach. Ha. Ha. Äh. 1.5.1. Was will ich erzählen? Ach ja. Und... Ach, ich baue da erst hier. Ich baue gleich mal ein bisschen Gold ab. Damit ich hier erst mal pflastern kann. Hm, hm. Uuuh. Was? Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Schrecklich. Passiert mir auch immer so in der Schule. Ich melde mich. Ich will die Antwort geben. Und dann... Ja, Oliver? Hä? Was? Hä? Was? 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 Ne, das passiert schon hin und wieder mal. So. Knospi essen. Oh, mama. Oh, nee. Klapp was. Jedenfalls zu dem Texture Pack. Oh, guck mal. Da ist so Trap... Trap Wire. Uh-huh. Es gab in diesem Video, also hier wegen Zombie Adventure Map und so hat er gespielt. Und da haben einige Leute drunter geschrieben, dass es sie doch interessieren würde, das Texture Pack zu bekommen. Also, beziehungsweise das Texture Pack, was in dieser Adventure Map gespielt wurde. Ja, nun gab es da einige Veränderungen. Zum Beispiel hatte ich da am Ende ein Tor gemacht, welches heruntergelassen werden sollte. Dann wollte ich das nicht irgendwie mit Pistons machen, sondern habe einfach... Okay, trotz mit Pistons. Aber ich habe einfach Sand genommen, die Textur verändert, dass es, wenn da unter der Block weggeht, das dann runterfällt. Und so war es dann auch. Hat man nicht so ganz doll gesehen, aber... Naja, es war auf einmal weg. Und das war halt richtig so. Und zum Beispiel so eine Sachen... Äh, das ist dann ja fehlerhaft. Theoretisch. Also, wer will in Minecraft Let's Play, wo Sand total anders aussieht? Oder wer will Minecraft so spielen? Es ging halt einfach nur um den Euro zum Beispiel. Äh, das Bild. Da war Sommer mit seinem Hund drauf. Der Gonzo. Ist ein Mops. Schöne Kommentare auch. Zombie macht Möbze. Ist ja eigentlich schon eigentlich lustig. Aber wenn man es hundertmal liest, dann kommt es einem dumm vor irgendwie. Naja. Oh. Jetzt hat er gepasst. Die Reihe beendet und schon fertig. Werde ich mir gleich mal eine Clock bauen. Aus acht Gold. YOLT. Hm. Eisplanet. Unglaublich. Ähm. Ich hatte eigentlich auch noch was anderes vor. Um mich erstmal auf die Uhr zu gucken. Ich weiß nicht. Ähm. An den letzten, ob es anderen auch so geht. Wenn man ein Spiel spielt und dabei erzählt, dann geht die Zeit irgendwie viel schneller. Das ist irgendwie, das ist toll. Da, da, da. Vorher sitzt man da so. Oh, eine Folge, 15 Minuten. Ob ich das hinkriege. Und dann, BAM. Ins Gesicht. Schon fertig. Dann überschritten und du willst trotzdem noch was machen. Und dann guckst du da. Achso. Hier. Eisen. Ironium. Was könnte ich denn? Was pack ich hierhin? Äh, erstmal wieder alles abpacken. Abpacken. Wäschpacken. Warte ich nicht hoch. Da ist schon eine Droh drin. Drohäh. Drinne. Ähm. Ähm. Und den Rest kann ich hier reinmachen. Rein. Ringling. So. Ich glaub. Äh. Sonne steht im Zenit. Da. Ich baue mich zu der Insel rüber. Da gibt es viele verkackte Monster innen drin. Das weiß ich schon. Ich nehme nur Netarek mit. Und. Oh nein. Noch ein Holzschwert. Hallo. Ein Holzschwert. Ist besser als gar kein Schwert. Zack. Okay. Brauche ich mir gleich zwei Holzschwerter. Zack. Ah ne. Das, das, das. Äh. Und jetzt. Guckt wie die Holzschwerter aussehen. Da. Komm hierher du. Gleich langs. Ein paar. Kollege. Jut. Gell. Guck mal hier. Und die Holztextur von Weißmus. Das verändert. Von. Von. Von weiß. Von weißem Holz. Entschwürgen. Mrs. Q. Oder Mr. Q. Ne. Dann wär's ja ein Bulle. Ein Ei. Oh. 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 Ich kann ja hier etwas farmen. Ja. Und. Achso. Ein paar Körner. Samen. sind ja sehr gut. Weil dann kann ich ja. Wenn ich meine große Plantage. Etwas verlagere. Ach. Mach ich gleich so. Naja. Wenn ich die Plantage verlagere. Ist es einfacher. Ach ne. Das ist meine nächste Folge. Ich mach hier erstmal Sand weg. Äh. Erde weg. Entschuldigung. Mrs. Q. Und dann werden wir sehen. Ich kann ja auch erstmal zu. Ich geh erstmal zu dem Planeten da oben. Gucken wir mal. Gell. So. Da kommen wir ja eigentlich ziemlich einfach hin. Oh. Schön. Alles bunt. Alle Brücken mit verschiedenen Steinen gebaut. Sieht richtig kacke aus. Gell. Okay. Guck mal. Vielleicht krieg man Jogga mit der Hand ganz schnell abgebaut. So. Nochmal zu meinem Texture Pack. Wenn es jemand möchte. Dieses Texture Pack. Äh. Oder wenn allgemein Interesse daran besteht. Ich muss dazu sagen. Ich verändere auch immer wieder was. Wenn ich irgendwas anderes sehe. Und äh. Sehe. 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 Oh. Die Textur gefällt mir. Ist ja richtig krass. Äh. Die nehme ich. Die klaue ich mir. Äh. 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 Ja. So einer bin ich. Hätte man nicht von mir erwartet. Äh. Gell. Äh. Dann werde ich das machen. Und ich. Weiß nicht. Äh. Updaten. Jedes Mal. Oder was auch immer. Oder überhaupt. Updaten. Weil es sind ja nur. So ein paar kleine Sachen. Ich. Ich verändere das so. Dass es mir trotzdem. Oder. Gerade. Dass es mir Spaß macht. Wo ist der Planet? Wo. Wo. Wo ist der Planet? Ich seh ihn nicht. Äh. Unglaublich. So. Will ich meine Plattform. Unter diesem Planet. Bauen. Huch. Da hab ich wohl eine Taste gedrückt. Gehalten. Hahahaha. Wie lange nehm ich denn auf? Äh. Ich glaub ich könnte die Folge fast zu Ende machen. Ich geh in ein Zimmer. Ich geh in mein Zimmer. Habautere. Okay. Hier. Das ist. Euro. Ohr. Euro. Euroerze. Ist das? Junge. Ah ne. Ich hab ja hier mein Auffangbecken. Wo ist es denn? Okay. Warte. Warte. Ich muss jetzt etwas. Z. Drücken. Okay. Jetzt am Ende machen wir mal machen. Muss ich mal ganz kurz. Optionen. Wo ist es? Äh. Warte mal. Warte. 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 Falsch. Filtering. Da. Das ist es. Guck mal. Jetzt unscharf. Jetzt scharf. Uh. Was ist das? Typ 2. Ach. Lass ich mal so. So. Ich muss nur in dieses blaue Becken springen. Oh Gott. Warte mal. So. Ha. Und er hat es geschafft. Meine Damen und Herren. Ollywoods. Applaus. Damit gehe ich mal schlafen und beende diese Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie hatten angenehme Träume. Und weiterhin. Und so weiter. Tschüssi.